Jolan Chu und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Video unserer kleinen Schiffsserie, die ja sozusagen jetzt erstmal noch ein paar Tage läuft. Und heute schauen wir uns mal ein Schiff an, das ich in den Serien sehr gemocht habe und auch in dem Spiel schon mag. Bevor ich aber über die Watcher rede, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, abonniere den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Und jetzt schauen wir uns mal die Watcher an. Also das Bild wird dir sehr bekannt vorkommen, wenn du schon Star Trek das nächste Jahrhundert gesehen hast. Die Watcher zum Beispiel als Campeg Picard zum entscheidenden Mann der Nachfolge im Klingonischen Reich gemacht hat. Das ist also schon länger bekannt und natürlich in Deep Space Nine hat man viele davon gesehen, gerade in meiner Lieblingsepisode, der Weg des Kriegers. Und deswegen begleitet mich dieses Schiff schon eine ganze Weile in meinem Tracklife und war auch ein unbedingtes Ziel von mir in diesem Spiel, den wieder zu haben. Sie ist ein Kampfschiff, das bedeutet sie stark gegen Forschungsschiffe und schwächer gegen Abfangjäger. Falls du das Kampfdreik kennst und auch mal ein Video dazu gesehen hast, weißt du das ja. Sie ist ein ungewöhnliches Fünf-Sterne-Schiff und hat natürlich auch eine Schiffsfähigkeit, die heißt Blutwurst. Bisschen, naja. Jedes Mal, wenn die Watcher getroffen wird, erhöht sie den kritischen Trefferschaden um ein Prozent und das kumulativ. Da ist es also keine gute Idee, dieses Schiff anzugreifen, weil die wird immer stärker, je öfter sie getroffen wird. So eine ähnliche Fähigkeit haben alle drei ungewöhnlichen Fünf-Sterne-Schiffe, aber es klingt natürlich besonders klingonisch in diesem Fall. Sie hat auch noch zwei weitere Fähigkeiten. Das eine ist die Schiffstarnung, die muss man über den Fraktionsshop freischalten und den unerbittlichen Angriff, der dann den Waffenschaden erhöht. Leider nicht gegen Spieler, aber immerhin gegen Feinde und Hamadas. Der ist allerdings im Spiel gratis zu bekommen. Ich habe ihn nur noch nicht, weil ich da ein bisschen hinterherhinke mit dem Level oder andere würden sagen, ein bisschen zu schnell an anderer Stelle war. Dazu müssten wir zu meiner Waffenkammer gehen, wenn das Spiel sich nicht mal schon wieder aufhängen würde. Das Crashen ist jetzt nicht die beste Voraussetzung für heute Abend, aber leitet mich tatsächlich dann ein bisschen so über zu dem Thema, bevor wir zur Waffenkammer kommen. Heute Abend gibt es übrigens kein Offizier-Video, denn ich habe geplant, weil ja heute Abend die unendlichen Einfälle sind, also die Incursion das erste Mal ist, dass ich es ansprechen kann hier auf dem Kanal, plane ich einen Livestream heute Abend zu machen. Der ist auch angesetzt und so weiter, aber es kommt dann darauf an, wie stabil das Spiel ist, wie gut das funktionieren wird. Bei Incursions auf dem iPad ist das so eine Sache, also drückt die Daumen, dass es heute Abend funktioniert und vor allem schaut um 8 Uhr auch vorbei, weil dann können wir gemeinsam einmal durchgehen, wie funktionieren Incursions, was muss man da machen, also unendliche Einfälle. Ich habe die Incursions so drin, das ist halt einfach so das Englische. Und dann gucken wir mal, dass wir allen einmal zeigen, wie das denn funktioniert, wie man Punkte gewinnt, was man so alles bekommen kann. Und da habe ich mir gedacht, statt einfach heute Abend noch ein Video zu drehen für den deutschen Kanal zu dem Thema, machen wir das doch mal als Livestream. Und dann können wir auch direkt schauen, wie es funktioniert. Aber jetzt schauen wir noch einmal zum unerbittlichen Angriff, nämlich über die Waffenkammer. Wenn man nämlich Level 53 erreicht, bekommt man den für die Northcut, die Voucher und den Corvus umsonst. Und das ist auch das letzte Level, wo es das gibt. Meine Waffenkammer ist erst auf 51, nicht auf 53, deswegen habe ich sie jetzt nicht oder noch nicht, aber das kommt dann, wenn ich weiter upgrade, ganz so weit entfernt bin ich ja nicht. Die Baupläne für die Voucher bekommst du über die Klingonische Fraktion. Da hängt es ja immer davon ab, dass du den entsprechenden Ruf hast bei einer Fraktion, bis du die Baupläne bekommen kannst. Auch in Spezial-Events tauchen diese Baupläne nur auf, wenn dein Ruf und deine Schiffswerft schon in eine bestimmte Richtung zeigen. Du kannst also nicht irgendeine Fraktion auf minus 2 Millionen haben und dann über die Spezial-Events dir die Baupläne für hohe Schiffe kaufen, so funktioniert das nicht. Nur weil die Frage vor kurzem mal kam, ich weiß gar nicht, auf dem deutschen oder englischen Kanal. Du musst leider immer an deinem Ruf arbeiten. Aber hier siehst du dann die Voucher-Pläne und da kostet einer 3000, du brauchst nur 150 und da sind wir dann eben bei dem Punkt, warum ich gesagt habe, lass die Finger von den epischen 4-Sterne-Schiffen, die Millionen an Credits kosten und schwächer sind als die ungewöhnlichen 5-Sterne-Schiffe, die dann gerade mal einen Bruchteil davon kosten. Und deswegen konzentrier dich auf die ungewöhnlichen 5-Sterne-Schiffe, die es relativ günstig im Fraktionsshop gibt und lass bloß diese epischen 4-Sterne-Schiffe weg. Und bei den seltenen rate ich auch maximal eins zu bauen. Aber bei den ungewöhnlichen 5-Sterne-Schiffen kannst du dann wieder zuschlagen, weil die sind tatsächlich relativ günstig. Und du siehst hier eben 150 Wortschatzteile, du siehst, ich habe mehr als ich brauche. Das liegt aber daran, wenn man in klingonischen Systemen Level 56 bis 61, 61 komme ich jetzt noch gar nicht, aber dort klingonische Feinde jagt, hat man Chancen, Wortschatzpläne zu bekommen und ich habe dann auch wieder welche bekommen durchs Jagen. Und die Hauptquelle wird aber der Fraktionsshop sein, weil die 60, die ich habe, das ist eine lange Zeit. Also so viel Geduld habe ich nie, da gebe ich dann lieber die Fraktionscredits aus, weil man hat so viele Feinde zu schießen in verschiedenen Gegenden für die Beute, weil man es wieder in der Raffinerie braucht. Ich habe gar nicht die Zeit, so viele Klingonen abzuschießen, ganz zu schweigen davon, dass ich da an dem Ruf arbeite. Ich werde jetzt auch keine Klingonen weiter abschießen, weil ich jetzt die auf das nächste Lok bringen werde. Leider gibt es im Außenteamshop dafür keine Baupläne mehr, denn dort gibt es nur Baupläne für bis zu 4 Sterne Schiffe. Das heißt, die USS Enterprise A kannst du dir hier holen dann, dafür kannst du dann Außenteamcredits verwenden. Ich habe ja gesagt, baue die nicht mit Fraktionscredits. Hier kannst du dann zum Beispiel Enterprise A Pläne holen, damit du später deine Schiffssammlung nochmal komplett machen kannst. Aber weil du kannst hier keine 5 Sterne Schiffe mehr damit bekommen. Und der Ruf ist einfach, viel zu wenig Ruf für den Preis lohnt sich auch nicht. Also hol dir hier dann Schiffe für deine Sammlung, die du vorher ausgelassen hast. Und dafür kann man die Außenteamcredits benutzen. Du wirst sie weder für 5 noch für 6 Sterne Schiffe hinterher benutzen können. Das ist hier leider vorbei. Also bleibt dir nur der Fraktionsshop. Aber wie gesagt, diese ungewöhnlichen 5 Sterne Schiffe sind halt sehr, sehr nett. Deswegen habe ich auch alle 3 davon, weil sie ja relativ günstig sind. Und die habe ich mir auch alle 3 geholt. Ich hätte natürlich mit der Voucher gerne mehr gearbeitet, weil ich die einfach von den 3 jetzt aus der Serie, ist das mein Lieblingsschiff. Aber die ist halt auch langsamer als die anderen. Und ich habe mich am Ende dann für die Northcut entschieden, als mein Hauptschiff, dass ich auch mehr upgrade und level, um damit zu kämpfen. Das hat einmal mit Materialien zu tun, weil die Corvus ein Explorer ist. Das ist dann nicht so toll. Und die Voucher ist eben ein bisschen langsamer, hat aber mehr Bums. Also kommt immer darauf an, wofür man die Sachen braucht. Und ich fand sie einfach cool, weil das so von den Schiffen das ist, mit dem ich halt dann auch aufgewachsen bin. Aber da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Einer meiner Commodores hat die Voucher als Hauptschiff und auch immer weiter gelevelt. ist also natürlich auch eine Wahl, aber da muss jeder für sich selbst entscheiden. Mir war sie einfach ein bisschen zu langsam zwischendurch für bestimmte Sachen. Natürlich kannst du immer Speedcrues benutzen, aber du kannst nicht überall Speedcrues einsetzen. Und da war es mir dann halt zu nervig. Da, wo ich keine Speedcrew einsetzen konnte, so eine Lootcrew, also eine Beutekrew benutzen musste, da war es mir einfach zu nervig. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Geschmackssache vom Aussehen ist das mein Lieblingsschiff, dadurch, dass ich so viel damit assoziiere. Aber eben von der Funktion habe ich mich dann für was anderes entschieden. Aber natürlich möchte ich auch deine Meinung dazu wissen. Wenn du die Voucher benutzt hast oder immer noch benutzt, dann lass mich deine Meinung gerne, gerne wissen. Das ist auch immer interessant für die, die ja noch auf niedrigeren Levels sind, die jetzt da mit diesen Videos sehen, was ihre Zukunft sozusagen für sie bereithält. Und da sind mehr Informationen und mehr Meinungen natürlich auch sehr hilfreich. Und wenn du ganz allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Aber auch wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, ist das nächste hier im Endscreen. Und hoffentlich sehen wir uns auch heute Abend. Ich sehe dich dann da. I'll be back. Ich sehe dich dann daran. Ich freue mich dann. Ich sehe dich dann. Ich sehe dir meinen, Vielen Dank.